Okay, Leute, willkommen zu WarioWingChallenge. Wir kommen zu Orbolon. Bei dem muss man aufpassen, der seltsame Spiele betrachtet. Merkspiele sind das. Aber der links sieht doch genauso aus. Ach nee, der war ein bisschen eng gezogen. Okay, vergisst es. Zählen, eins. Wow. Jetzt habe ich das erste Spiel vermasselt. Weil ich so schnell gedacht habe. Okay, gießen. Oh, wow. Diese Logik. Okay. Wir kommen zum dritten Spiel. Positiv. Ali ist blöd. Cool. LG. Das hat mich selbst gelobt. Aber ich muss ja das tun, leider. Das Spiel hat mich gezwungen zu hören. Wir spielen wie Simon Says. Okay. Speed it up. Auswählen. Ähm, die Karte, die sich von den anderen unterscheidet, ist diese. Okay. Suchen. Das Glücksblatt ist da oben. Puh. Ich hoffe, Shadow kann sich auch an die Spiele erinnern. Sonst wird ein gewaltiges Problem haben. Das war auch sowas wie Simon Says. Aufpassen. Hä? 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 Level 9. Suchen. Da oben ist es. Gefunden! Spielen! 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 Okay. Ach, ich muss in die jeweiligen Richtungen drücken. Und es erscheint ein Auge. Besser. Auswählen. Mehr rote oder mehr blaue? Mehr rote. Okay. Verbinden. Du musst dich eigenständig lenken. Aha, ich bin die Stromversorgung. Interessant. Suchen. Wo bist du? 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 Da bist du. Okay. Im letzten Moment noch gefunden. Und hier kommt die Boss-Stage. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es RPG-like. Ah, es ist Hunger. Du kannst angreifen. Was wirst du tun? Was wirst du tun? Bummer. Ja. Das ist quasi ein Rechtschreibfehler-Test. Dämpfen oder kämpfen? Kämpfen natürlich. Hunger ist. Angriff zeigt keine Wirkung. Benutzer Magie. Was setzt du ein? Heiß oder Eis? Eis. Das ist eine Mischung aus logisches Denken und... Letzte Chance. Drücke A. Niederlage. Sieg. Niederlage. Sieg. Sieg. Der Gnadenschluss. Du kriegst Hunger. Ich hatte 333 HP. Willst du tanzen? Yeah, 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 yeah. Awesome. Jetzt habe ich all mein Leben wieder und es geht weiter. Level up. Okay. Positiv. Das Spiel ist cool. Puh. Furchtbar traurig. Natürlich. Natürlich. Spiel Nummer 16 betrachten. Oh nein, bitte nicht. Okay, das ist leicht. Ich weiß nicht, wie ich das erste Spiel nicht schaffen könnte. Konnte. Äh, so muss es sein. Yay. Steuern. Ich bin eine Ballerine oder was? Ey, da ist eine Sackgasse. Nein! Der Teleporter hat mich verwirrt. Verdammt. Zuhören. Okay, das ist leicht. In Simon Says war ich schon immer der Beste. Hä, 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 hä. Spiro. Auswählen. Boah. Da musste ich echt aufpassen. Suchen. Da ist der große Punkt. Da ist der große Punkt. Da ist der große Punkt. So. So klein ist nämlich Sui auch. Und... Scheiße, vergesst es. Nein, das war die falsche Richtung. 23, aufpassen. Ich muss hierhin. Yay. Das hat man aber auch sofort gesehen. Aufpassen. Hm? So. Das war wieder dasselbe Gemüse wie das im ersten Spiel. Auswählen. Kommt. Kommt schon, Leute. Gebt mir harte Spiele. Auch wenn ich nur noch zwei Leben hab. Nein, du bist es nicht. Du bist es nicht. Du bist es. Auswählen. Das musst du sein. Das konnte man an den Haaren feststellen. Betrachten. Schon die Bossage. Nummer zwei. Besiegen. Okay. Okay, wir kämpfen gegen... Abflur. Du kannst angreifen. Was wirst du tun? 666 HP. What the fuck? Nachher. 666. Hm. Ich sag jetzt mal nichts. Was wirst du tun? Ähm. Wegraufen. Weglaufen. Weghaufen. Weglaufen. Auf, wenn ich nicht weglaufen würde. Blut's Magie. Was setzt du ein? Donner, Tonner, Donner. Es wird knapp. Letzte Chance. Drücke A. Sieg. Ich würde gerne gewinnen. Der Knarrenstoß. Du besiegst Abflur und damit erhalten wir ein extra Leben. Awesome. Tanz doch jemand mal mit mir. Yeah. Ganz viele Stripes. Hier kommt's wohl Level 3 und da werden wir definitiv abkacken. Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hoffe, das war richtig. Okay. Ähm. Wo ist denn das? Ich find das... Ach, da. Ach, du Scheiße. Nein. Oh, fuck. Jetzt hab ich alle gesehen, außer die eine Abbildung. Oh, Mann. Und wieder ein extra Leben verloren. Aber, der liebe Schätze, der kommt nicht mal so weit. Hoch, hoch. Was? Ich hab doch nicht mal angefangen. Hey, das ist unfair. Ich hab ja versehentlich was gedrückt. Negativ. Dieses Spiel ist... Traurig. Ja. Dieses Spiel ist traurig. Weil es, äh, mich einfach verlieren lässt, obwohl ich nichts getan habe. Speed up. Auswählen. So. Das konnte man sehen. Denn das bewegt sich nie... Das bewegt sich nach rechts, wenn sich die anderen nach links bewegen. Rettung. Oh Gott. Ich hasse dieses Spiel. Ich tipp da immer falsch. Und ich bin bis 36 gekommen. Nein! Das war nicht weit. Ja, wie dem auch sei. Ja, meine lieben Freunde. Das war... Orbolon. Und nun kommen wir zu Dr. Krygor. Oder Krygor. Ich weiß nicht. Mein Hasscharakter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.